Weiter geht's. Ich kenn den, wenn du übergroßt nicht hättest. Ich weiß nicht. So, wir haben einen Plus. Wir haben einen Plus, meine Rubens. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und eine Produktion kommt zum Erliegen. Wunderbar. Warte, ich muss ja jetzt voll toppen. Ich hab voll Aufträge und so. Voll Aufträge und so. Hey, wie schaust du uns aus mit dem Witz? Geht mir nichts weiter. Michi, warum kann ich denn raus? Ich werde noch die ganzen Servietten schüren. Die was? Schüsst du mir ein paar Servietten noch mal da? Danke. Oh, da haben wir schon fast die längeren Ängste wie beim Zeitpunkt. Ohne weg. Na ja, ich werde dann mal ganz zu kurz. Zu kurz Servietten werden am Schütteln zu laufen. So weit haben wir schon Kummer. Ich will ja nicht wieder machen wie Masterflecken. Ich mach alles nicht. Jawohl, ich glaube. So weit. Ich setze all meine Hoffnung. Wie schaust du jetzt aus mit deiner Halsruten, Michi? Was denn? Nein, der schaust. Ich frage ihn. Einer ihrer Betriebe. Wenn man einmal fragen kann, kann man was bleiben, weißt du? Wenn man nichts bleibt, man weißt. Ach, schlimm ist es wieder. Ja, und wo ist das Schiff? Wie viele Schiffe haben wir überhaupt? So drei. Und da fahrts. Meins wird sicher nicht ihre Hand hoch. Weil es ist nötig. Hallo? Was denn? Ah, meine Koppelungen gehen nicht mehr. Hier Mauer ist aber auch viel Sinn, wenn sie nicht in den Dorf, oder? Bei ihr? Ja. Definitiv. Überall offen, weißt du? Ja, aber das ist nur recht, damit die Kunden vom Gegner weggehen müssen. Ah, wo ist das Schiff? Ah. Mein Schiff. Es kann unterwegs. Von. Da hast du mich nicht vertreten. Das machst du dann. In was? Das muss man infiltrieren. In was? Das muss man... Das muss man spüren. Ah, jetzt kann ich das. Was? Was? San-Tam-Tam-A-Raja. Das mache ich fast schon. Ich kann es ja kosten. Was? Böcht ihr fast schon damit? Es ist die fast schon mit der Goldenkeit. Schiff. Die Sadkeit ist. Die rescue sind 4 Jahre alt. 6 Jahre alt. Echtes! Wer warst du? Oh mein Gott! Dürfen wir nicht auf sein Pünktl? Beste Handelschiffe und beste Schiffe, aber süß nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es so viele Schiffe was hat, dann ist es mir einfach. Beste Schiffe. Das ist genau das Fahrrad. Hey, da ist alles, was du machen möchtest. Was haben wir denn gekriegt, glaubst du? Rom und Schneider. Perfekt. Dann ist es noch weit. Zurück. Jetzt gehe ich noch schön zum Alst spazieren. Liefer den Gang nach, oder? Zum Alst spazieren. Kannst du das hier mitnehmen? Nein. Sehe, ich wollte mir keine Ösegabe. Zum Alst spaziere ich auch noch. Nicht die Spätze, was ist der? An der Brot. Eine Nachricht von Schützer. Das ist ein Spiel. Schade. Hörst du, der baut schon wieder Starwegerl? Ja, muss man. Das bringt wirklich, was die Starwege bringt im Extremfall. Das wird mir immer gleich verstanden. Was? Ja, sie brauchen nicht viel Starwegerl. Das ist das einzige, was ich gemacht habe. Aber ich verbeutz dir den jetzt. Was? Ich habe mir das Gefühl... Meine Bons sind gar nicht größer. Meine Haare. Muss ich fast sagen. Kannst du uns so anreißen mit seinem Scheitschiff? Ja. Ich denke, was auch gerade. Volls geile Dingler hat. Er war halt auf dem Schild da. Man hat einen ganzenen großen Schild. Wann laden der Hafer mal runter? Ja, der braucht einen bisschen ne? Schokolade! Das ist der Hund. Ja, passt erst. Ja, passt erst, ich sage. Ich weiß nicht, die bist schon... Der Hund hätte schon mit einem Blassen zusammen, wie ich ihn wollte, dass ich sagen kann. Bist schon ein lästiger Sack ey, das ist ja Wahnsinn Ich höre schon wasch viel Gewürze In der Zeit in der ich aufgefahren habe ich schon wieder rund 80 Kult Gewürze produziert So, jetzt ist es ein Was ist es so? Jetzt wird es mir angebeuert, es ist schon schief Mehr Damage als du Und zweimal 100 Segel Zweimal? 200 Euro Was halt mit dir da ist? Plus 50% Geschwender gell Kannst du da schlagen was? Ja dann rüst jetzt auf die Brüder gell Jetzt haben wir ja genug Ja Jetzt haben wir 400 plus aber das reicht ja völlig erst Das reicht völlig gell Jetzt sparen wir wieder rum gell Jetzt sparen wir wieder rum gell Und das gehört verschwenden Wie gehört verschwenden? Ich verschwende nur nichts aus der Runde Ruhm verschwenden, stimmt ja Ruhm verschwenden Mhm Dann haben wir das selber erst Ja 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 Das ist das Ja 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 Ich glaube Wie ist das ihr? Ja, weil ich baue. Genau, ich spiele nicht. Ich baue aber mal Seilerei. Jawohl, Seilerei. Mit viel Humus, aber... Ja. Was? Ja. 4 Sterne hätte ich gebraucht, das ist. 200 Patrizien, dann gehen wir 300 rum. Und die haben wir jetzt schon geklärt. Wir haben noch 600 rum. Also kaufen wir es nur noch, dann kaufen wir es gar nicht. Hallo, für mich. Was? Ich glaube, der Rory auch. Für mich haben wir sicher einen gekauft, oder? Nein, das könntest du gerne machen, mir ist egal. Der Schweizer Gläser kommt mir für was anderes eingebaut. Ja. Tatsächlich bin ich sehr. Ja. Na, Schaube. Was? Aktivauten viel. Komm zu sich, gibt es jetzt erst plus 5 rum, und dann mindestens wieder 6 weg. Was? Nein, nicht rum, Ruf. Nein. Was? Hä? Was ist mit dir? Plus 5 rum, dann Ruf, und dann haben wir minus 6. Ja, was hat denn 7 Probleme sogar mal? Ja. Welche Existenzprobleme, oder? Alex, mach es schaden? Ja, bitte. Aber nicht kaufen. Wo kriegst du es denn nicht her? Ja, hier bei Climbach 2 Christ. Ah, ja. Perfekt, super. Ihr solltet dafür sorgen, dass euer bleibt, was kommt. Ja, Ratsitz, oder? Können wir es denn tun, und das dann? Was ist denn der Ratsscheiß überhaupt? Ja, da, da. Wo? Ja, für 6.000 Münzen können wir sie einen Ratssitz kaufen. Alter! Aber das soll ich anfangen. Wenn die Gegner sich das kaufen, dann haben wir das nicht mehr zu sagen. So muss man schlafen. Ja, dabei haben wir es ja noch ganz gekauft, oder? Ja. Wir müssen nicht mehr einkommen, wir brauchen gleich. Wer die Macht hat, hat auch fein. Denkt daran und handelt das. Dann können sie mir einen Gegner einen Ratssitz kaufen, oder? Ja. Ich hab mir einen Puller gefragt. Ja. Das ist ein guter Schöppel. Jawoll. Hast du jetzt einen gekauft? Nein. Patrizia, Patrizia, jawoll. Ja, ihr riefst auf. Voller Wisch. Oh ja. Du hast einen gebrannt. Ähm, wir sind bei uns einmal der Bauernsicherung. Fakt, das ist natürlich groß. Bauernsicherung. Was? Bauernsicherung. Ja, trotzdem. So, wie es sich kommt. Hä? Hm. Und der Entschau. Aha. Der Neger läuft. Nein, Feuerwehrlast. Äh, es löst. So lang. Und wechseln. Deswegen liebe ich die Bauernsicherung. Die Bauernsicherung. Das ist ja ein Bauernheisen. Okay. Ja. Aber das macht er schnell. Ja, genau. Könnte ich auch machen. Den Bauernheisen kann man schnell setzen. Bestimmt. Ja. 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 Das sind sie nicht mehr. Ganz vergessen. Was machen wir jetzt? Ich bin der Ziele von meiner Insel. Was? Ja, bau. Und mach deine Insel da auf dem Auto aus. Wo du willst. Was? Das ist kein Unfall. Das ist mein Auto aus. Nein, Mann. Na, Mann. Na. Dari halt ja die Insel zum Patrizia. Versuchen, oder? Was? Du bist ja auf der Insel wo man die ganze Zeit für die Patrizia halt kann, oder? Äh, grundsätzlich, ja. Na, Mann. Weißt uns? Wie man jetzt hat mit dir angefangen? Eigentlich schon, ja. So, ich verkaufe jetzt einmal eine Seile, ich habe mir die Porto Zimmer zu tragen. Ja, brauchen wir da einen. Ah, natürlich. Ähm, weiß ich irgendwie, ob das, ob das was ausmacht, wenn ich bei der Araber das Ding, also den werden wir Sachen nicht geben. Hm, das ist eine gute Frage. Deine haben sie irgendwann aufgedrückt, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wirst du auch, wenn es zu viel aufgerissen ist. Nein, ich meine, die haben einmal aufgerissen. Also brauchen wir jetzt diese Teppiche, was du? Mhm. Das ist eine gute Frage. Wie sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Herr Dario, gibt es beim Händler zu viel sowas aus dem, wo man einen Saat gut ausstrahlen kann? Ja, genau. Für Getreide? Nein. Da kann man es auf der Hauptinsel machen. Aber Getreide gibt es sicher. Aber das gibt es noch nicht, dann müssen wir das freischalten. Hey, das wäre nämlich voll klar, wenn das gegangen. Dann müssen wir das durchdrucken, das kann es gar nicht machen. Hm? Ich habe schon geschaut, das gibt es jetzt nicht. Wir müssen das jetzt bei der Patrizia für 100 Rumpfleisch haben. Ja. Das müssen wir machen. Glaubst du es bei einem? 100 Rump kostet es? Ah, pro Händler, wenn wir es wollen. Heute ist die größte Chance, wenn wir Getreide kriegen. Ja, weil Getreide wäre praktisch, weil dann könnte es du auf deine Insel rupfen. Ja, sowas vorhanden. Ja, doch. Ist ja da, ist ja da. Sie hat gut weizen. Sag ich mal. Ja, ich muss nicht weg. Ja, warte, mein Yves. Hört sich jetzt, was das braucht. Aber was wüsst du noch, Alex? Auf der Hauptinsel? Ah, ich weiß. Auf der Hauptinsel, glaube ich. Mhm. Aber ist es verschillend, wenn wir uns auf der Hauptinsel machen? Ja, nicht wahr ist. Der Dauer macht rupfen auf der Insel dann. Dann passt das perfekt. Wenn beide auf der Hauptinsel in der Insel, was das geschickt ist, dann haben wir zwei Händen roten. Und auf der Hauptinsel, was oben gibt es noch genug Platz. Weil die steht da oben. Siehst du, der Michi? Ja. Die verwendet er nachher noch für Siedlung. Und siehst du, da haben wir noch Bauplatz. Und da oben ist auch noch genug. Okay, ich düse mal ein kleines Teil. Hm? Wie schaut es jetzt mit Ding aus? Mit was? Okay, also der Liefer hat das immer schön. Und du musst jetzt... Okay, also... Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Also mit Ding kommen wir jetzt auf jeden Fall mit Gewürze. Das kann ich dir sagen. Sehr gut. Das ist ja wichtig. Du willst jetzt auf Max wissen. Okay, sehr gut. Und der liefert jetzt trotzdem immer 50 Stikeln. Oder noch mehr. Das ist gut. 80. Ich hab jetzt schon wieder 80. Okay, sehr gut. Okay. So, was ich aber jetzt mache ist... Ich baue bei mir... Ich baue jetzt... Ach Scheiße. Gut. Wir produzieren jetzt eh schon... Hemmer und das... Ja. Ja. Sehr gut. Äh, ist aus der Kamera oder was mitmachen. Ey. Was ist denn? Hey. Entschuldigung. Mein Bett. Helender Flores. Kleines Kriegsschiff. Hm? So. Ich tue jetzt mal das Kaufen. Was macht ihr? Das kommt nicht. Äh. Äh. Ist halt bei dir wurscht. So. Im Grunde sind wir das Teil zurück. Mhm. Das heißt, der Dario baut jetzt einen Hopfen auf seine Insel. Ja. Ja, und jetzt, oder? Ja, und jetzt, nein. Ich mach mal vor, mehr Getreide auf meine Insel, weil das ist ganz wesentlich. Ja. Oh mein Gott. Oh. Nein, oder? Soll ich noch? Nein, nein. Ganz sicher nicht? Ich weiß, ich glaub nicht, oder? Schade, dass du ablehnst. Ja. Ja. Du bist so ein Fischkopf, Alter. Ich bin grad, ich bin fünf Meter von seiner Insel weggefahren. Ich bin fünf Meter von seiner Insel weggefahren mit dem kleinen, der sollte bis jetzt einsetzen. Eine Produktion kommt zum Ende. Ich spiele eh. Na, was? Schauen wir mal so ein Ebel. Na, es regnet. Ja. Und jetzt, äh. Jetzt tun wir rein. Hast du da oben auf der Insel schon ein Kontobacht da oder? Ja, das ist schon, das ist schon. Auf wen gedreht? Ah, auf die noch. Hä? Das ist unsere. Ja. Nein, das ist. Hä? Wo? An der oberseite, oder was? Was passt auf der Insel da, oder? Ja, Bürger haben sie nicht Bürger. Krass. Ja, da geht's nicht, dass ich mit Hand auf oben und da ist Nose. Ja, da. Zeigst du es dann? Auf der Großen? Hier. Na, oder? Nicht Schalsbruch. Doch. Stammatisch, dann mal die verschlecken. Aha. Ich hab mal auf der Mantee da. Die haben Drogen, das ist ja nicht so mit Wein. Das kann sein. Hm, das kann sein. Hm, man holt ihn eh hin. Das hast du viel gemeint, oder? Ja. Ich will die Grabungsstätte da drin. Die Grabungsstätte. So, jetzt möchtest du das Ding haben. Und möchtest du das Ding haben? Ah, ja, ja, ja. Nein, warum nicht? Wir wissen das. Kannst das nicht du auslesen. Wir kennen das mit Saakuteil. Ach, da ist es schon immer. Und alles? Was? Kann nicht mehr angebaut werden, oder? Was ist jetzt passiert? Hä? Hä, wieso? Hä? In 2.5 kann vor allem nicht mehr angebaut werden, Getreide. Warum denn das? Ja, weil es gerade weg ist, aber was ist denn wo ich? Ja, ich habe es aktiviert. Ja, wo? Ja, auf der Insel. Ja, es ist nicht mehr da? Ja, ich habe mir Sack zu lassen. Wo ist denn das hier? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist wirklich ein Durst. Ja, das ist ein Durst. Ja, das ist ein Durst. Hä? Sobald es da oben ist, ist es ausgelöst. Wo, sobald es wo oben ist? Da, sobald es da drinnen liegt, ist es ausgelöst. Nein, eben nicht. Du musst drauf drücken und dann auf akzeptieren drücken. Ja, ja. Das habe ich gemacht, dann ist es erst, dass es doch satt und aktiviert. Also passt. Und dann im nächsten Moment hat er gesagt, kann hier hier nicht angebaut werden. Ne. Okay. Okay, Dario. Schau mal, wenn das ist Durst. So ist es doch aktiviert. Schau mal. Um 100 gibt es das nicht wieder beim Notball. Voll zu sein. Wenn ich es so habe, ist es so. Ja, nein, das wäre Sack. Das musst du extra aktivieren. Aha. Was dann? Um 100 gibt es das wieder beim Notball. Ja, das ist eine Verschwendung. Aber, was was willst du? Aber wir brauchen noch. Weil, ich meine, schauen wir, ob es geht. Aber sonst. Ja, das ist eben die Frage, was macht es nicht. Was ist das jetzt auch noch? Ich hoffe mal, stark gehen. Ja. Das ist eine Regel, wissen wir, dass es jetzt auch nicht baut. Das ist ja nicht baut, wissen wir es. Ja, ich baut es eh gleich. Lass mir doch Zeit. Kann man auch sagen, tut das nicht. Also wahrscheinlich wird es einmal nicht funktionieren. Aber das ist das eigentlich nicht. Aber das hängt jetzt direkt an. Also wenn es gleich ein Segelbuch braucht, beim links gibt es das wieder, gell? Ja. 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 Das ist komisch. Ja Jo. Ja. Ja, also ist gleich ein. Was ist das mit dir genau zu sein? Ja. Das ist ja nicht. Ein Mann gerade noch zur Seal, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, ist ja. Das ist ja nun relativ viel Simpson. Ja. Das ist kohle. Ja. Das tränkte man's. Ja, dasют nicht rein. Was? Ja, das drin kann es mit sich da. Der bringt ja so viel. Ich bin nicht mehr an, den kann ich immer noch planen. Ja, stimmt. Wo kann ich jetzt gleich noch nicht mehr sagen? Meistens auf dem Hacker-Layer. Was kriegt man? Erstklässig ist sicher, da kriegst du 100er gratis. Ich erwarte nicht, dass du jetzt 5.000 Euro rausschmeißt. Nein, ich schau mal gar nicht. Aber ich habe echt geholfen. 54 kostet mir 1.100. Das ist schon her, das ist nur. Fettsack. Was ist das? Was? Er hebt im Konto bei einer bestimmten Warenmenge Zölle von Handelspartnern. Erhobenen Zoll 5 Tonnen Bücher ab Warenmenge 18 Tonnen. Checkt das wer? Was nochmal? Schau mal beim Nordburg. Da gibt es bei den Patrizia was irgendwas mit Zöllen zu tun hat. Die Bauer ist aber nicht ganz. Ich glaube es ist schon das Problem, wenn man ein wirklich stationärer Ding baut. Ja, das Problem ist, da müssen wir aber 50 bauen dann. Ja, was? Und das kostet aber im Endeffekt. Das negative ist, wenn es irgendwo in der Mitte ist, sind wir ausgeschissen. Na gut, schon heilerei ist es doch relativ weit. Ja okay, wenn es jetzt auf der anderen Seite nicht was kommt, ist es halt geht. Ist schon gelöscht. Ja. Jetzt haben wir mal so ein bisschen aufgeschissen. Wir hätten das Feiertuch ausgeschissen. Ja. Stört sich, wenn wir das Feiertuch ausgeschissen sind. Ja. Stört sich, wenn wir das Licht da dran. Was ist das? Der Halbstutzteam? Ich finde es nämlich so angenehm angenehm. Der Halbstutzteam? Der Halbstutzteam? Ich weiß nicht, ich bin es für die Augen angenehm. Wo? Bei ihr statt. Das heißt, die können wir halt nicht mehr bei ihr machen. Wir brauchen ein gewisses Gewicht. Ja, von 5. Wenn sie nur ein hat, dann hat sie sich immer mehr heil. Sollten wir nicht lieber aufpassen, dass wir die Märchen für unsere Städte fangen. Ja, bitte auch gerade sagen. Nicht sowieso, aber bei ihr, wenn wir etwas mitreden wollen, dann müssen wir das. Das ist ein kleiner. Und... Ey, die Spionagegebäude können wir schon bauen, gell? Ja, ich weiß. Aber mit dem Spionagegebäude kann man nämlich, glaube ich, ja dann gerade sitzen. Aber im Gegenteil. Schaut mal bitte her. Das Ding fehlt gerade. Wieso, was ist es noch? Ich hab unseren Kante angelegt und sehe ich das Fenster vom Laufbuch. Warte einmal. Bei dir fehlt es überhaupt ein bisschen. Ja. Warte mal, ich möchte jetzt wirklich schauen. Ich meine, du kannst das jetzt eben auch mal melden, wenn wir wissen, ob das jetzt im Büro so ist, oder? Ja, aber vielleicht geht das mit dem Aussehen gar nicht. Ich weiß es ja noch. Das ist wurscht, ey. Hey, weil meine Dinge haben wirklich nicht mehr. Nein, was? Ich hab kein Eventalfenster mehr. Schaut sie mal. Das ist das Fenster vom Laufbuch. Ah ja. The fuck. Okay, jetzt mach ich zu. Jetzt geh ich auf mein Schiff und komm auf das Fenster vom Laufbuch. Ich baue was. Okay, das geht. Und das geht wieder nicht. Vielleicht hast du es ausgeblendet, also das kannst du auch ausblenden. Was denn? Was meinst du das genau? Was fällt da denn? Ja, schau mal. Okay, ja. Das ist das Fenster, das der Laufbuch hat. Ja. Das ist doch normal. Wenn ich jetzt auf dem drauf drücke. So, das ist jetzt normal. Jetzt klicke ich weg. Jetzt geh auf unserem Konto. Ja. Jetzt klicke ich auf unserem Konto drauf. Und auf das Fenster. Einer Ihrer Betriebe stellt keine Wagen in den. Und das geht wieder. Ja, ich kann nichts mehr machen. Das hat man auch gesehen, ja. Ja. Es ist nichts dran, Herr Schiff. Es ist nichts dran, Herr Schiff.